Ja, da sind wir wieder und wir haben die Mutkerze immer noch nicht. Ich habe auch keine Ahnung warum. Okay, alles klar. Ich bin ein bisschen irritiert. Ja, wir versuchen jetzt mal ein paar andere Dinge. Und ich komme ja da nicht in den Einraum rein. Da klappt die Kerze ja nicht. Oh! Da habe ich mich erschrocken. Shit, jetzt habe ich mich auch noch laufen. Jetzt habe ich mich auch noch verlaufen. Du kriegst ihn nicht erwischt, ne? Man kriegt ihn nicht erwischt, ne? Ah! Okay, alles klar. Na gut. Alles klar. Ja, das ist ja ein Spiel. So. Kann man uns erstmal ein bisschen entspannen. So. Ja gut, Kerze funktioniert. Ich muss ja mal was anderes gucken gehen. Äh, öh, okay. Gehen wir jetzt erst mal hier hin. Ich hoffe, dass er jetzt hier auch nicht ist, oder so. Ich denke, hier ist nur der Sagen, ne? Ja. Meine Augen wäre das eigentlich nur... ...zwei Sachen. Das ist gelb. Rot hat man jetzt... Ach, stimmt. Warum gehen wir selber Fotos machen, ne? Rot. Okay. Grün. Ja, versuchen wir selber nochmal. Ja, ich glaube das jetzt. So. Jetzt versuchen wir einfach mal da hinzukommen. Ohne Probleme zu kriegen. Hier ist nix. Rot war jetzt... ...da hinten. So, das dachte ich, ich komme hier nicht durch. Das ist rot. Äh, wo ist denn das Grün? Das ist rot. Da geht mir so auf ein bisschen. Na echt. Manchmal kriegt man den... ...den kriegt man den nicht ja weiß. Oh, hä? Nee, das geht mir so auf den Piss. Ja, der hat mich jetzt... ...der hat mich jetzt... ...der hat mich jetzt... ...der hat mich jetzt... ...komme ich da hin. Von da. Warte mal. Ich versuch mal. Das ist... ...kom Valentina. ...ён kein Rotraum. Ja ja... Äh... Wie es denn die Prospekte... ...hier war da auch einer, ne? Das ist doch, glaub ich, auch noch so ein Prospekt. Würde da laufen müssen, ne hier war das nicht. City, Green Raum. Da haben wir noch eins, das ist der blaue Raum, irgendwie ein bisschen genervt und den Typen. Da müssen wir nicht anständig schneller hinkommen. So, jetzt. Was ist denn da? Ja. Blau, äh, hatte ich nicht gerade noch blau? Ähm, rot, das war ich auch. Irgendwa, hier. So, jetzt so. Okay, dann gucken wir jetzt einfach mal so nochmal rein, wo ich da drüber gehe. So. 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 Ab hier muss ich kommen, so. So lang. So lang. So lang. So. Dann da, genau. So lang. 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 mal sehen ob ich mir das jetzt gemerkt haben ich glaube ich die zwei hinteren räume zuerst machen wollen das ist deswegen vielleicht schwer ist aber so ein bisschen das ist sowieso wie du bist jetzt die ganze zeit hinterher zu laufen das wird das endlich mal hier läuft ja noch nicht mal schneller da kommt ja sobald in den menschen im raum wie kommt er ja dann auch so besser mal gesagt so 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 und den brauchen wir ich bin weg hier aber jetzt kann er uns nichts mehr wir haben es geschafft wir haben es geschafft so gesagt geschafft und der kann uns hier noch im senkel gehen hier nicht rein warte mal Ich sag kurz was. So, grün ist jetzt hier, die grün ist jetzt da. Zack. Geht mal geläutet. Oh. Haben alle Kerzen. Guck mal, was liegt denn da? Ja, was war das denn überhaupt? Versuchen. Jetzt müssen wir schon wieder zurück. Aber wir haben uns das hinter uns. Da ist jetzt hier, glaube ich, noch eine Kirsche, die einen Affen gekriegt. Noch ein langsamer, danke. Lass uns das aufmachen. Und schnell weg. Ich hab einen Buchstaben gekriegt. Oh, schnell weg. Ich hab einen Buchstaben. Ich hab einen Buchstaben. Ich hab einen Buchstaben. Und schnell weg. Und schnell weg. Mad... ... 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 gucken na okay klappt nicht das in der nächsten folge ich gefallen hat gerne ein däumchen da lassen